Nach den heute besser als befürchtet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten erreichen die Wall Street-Indizes wie der Nasdaq und der S&P 500 neue Allzeithochs. Und jetzt steht der November an, ein Börsenmonat, der traditionell sehr gut geht. Was soll da jetzt eigentlich noch schief gehen? Schauen wir uns doch mal erstmal diesen November an, wie der statistisch bisher gelagert ist. Wir sehen, dass es durchschnittlich im November an der Wall Street 1,31% nach oben geht. Drittbester Monat des Jahres in 66% der Fälle geht es nach oben. Und wir sehen aber auch, dass die allermeisten All-Time-Heights, die allermeisten Allzeithochs eben im November bisher erreicht wurden. Und wenn wir uns mal anschauen, dass der Dow, nämlich der Dow Jones, seit 2012 in einem November nicht mehr gefallen ist. Der S&P 500 sogar seit dem Jahr 2011 waren. Also alles positive November seitdem. Da ist doch jetzt alles in Butter. Und dann haben wir dann noch die US-Arbeitsmarktdaten gesehen. Wie gesagt, die waren spektakulär gut. 128.000, naja, beziehungsweise 85.000 waren erwartet. Das hat man in den USA gefeiert und gesagt, Mensch, ist doch alles gut, ist doch super. Man vergisst dabei ein bisschen zu erwähnen, dass der Arbeitsmarkt ein nachlaufender Indikator ist. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit jetzt bei 3,6% ist. Die ist gestiegen von 3,5 auf 3,6%. Und wir sehen aber auch, dass gerade diese niedrigen Arbeitslosenquoten immer ein bisschen besorgniserregend sind. Wir sehen hier diese grauen Schattierungen, das sind Rezessionen. Und man sieht, dass jedes Mal kurz vor einer Rezession eigentlich die Arbeitslosigkeit auf dem tiefsten Stand jeweils ist. Möglicherweise sehen wir jetzt schon den Beginn des Umschlagspunktes. Heute der ISM-Index Gewerbe in den USA. Schlechter als erwartet, aber immerhin ein bisschen besser als noch in dem schockierenden Vormonat. Aber eben deutlich unter der 50er Marke. Und wir sehen auch beim ISM-Index, dass möglicherweise, das wollte ich nicht zeigen, dass möglicherweise hier die Dinge noch schwieriger werden. Hier sehen wir nämlich die Importkomponente im ISM-Index, die so eine Art Frühindikator ist für das, was dann in der US-Wirtschaft passiert. Denn die Amerikaner sind ja extrem importabhängig. Und wir sehen hier, dass die Importkomponente auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise gefallen ist. Es gab einige Komponenten, die waren etwas besser, vor allem besser als im letzten Monat. Beschäftigung, Auftragseingänge. Aber diese Importkomponente, die sollte ein bisschen nachdenklich machen. Und dann haben wir natürlich insgesamt in diesem großen Bild die FED, die nie mehr wieder die Zinsen anheben wird, wie Sharon Paul gesagt hat. Wir haben dann natürlich wieder ganz tolle Nachrichten vom Handelskrieg. Cutlow hat sich wieder geäußert, enormen Fortschritt gemacht in Sachen geistiges Eigentum. Wir sind allerdings mit dem Teamstall geistigen Eigentums da, haben wir noch ein bisschen Probleme. Das machen wir dann in Phase 2, warum auch nicht, oder in Phase 27, je nachdem. Und wir werden ganz toll eben weiter miteinander sprechen. Hier sehen wir Ross, Wilbur Ross, Wirtschaftsminister. Das ist Nucin und das ist Cutlow, wie sie hier den China Dance machen. Dancing China Deal Progress, wie Sven Henrik hier nicht ganz ohne Sarkasmus formuliert. Also alles super fett, wird nie wieder die Zinsen anheben. Der Handelsdeal ist praktisch eingetütet. Es wird ein ewiger Friede kommen. In dieser Hinsicht ist also überhaupt nichts mehr zu befürchten. Und die Frage ist, was kann jetzt noch schief gehen? Super November vor der Tür. Alle erwarten sowieso eine Jahresendrallye, die wird kommen. Angeblich, weil alle so unterinvestiert sind. Aber das wollen wir uns mal anschauen, ob das wirklich so den Tatsachen entspricht. Achso, in Sachen ewiger Frieden vielleicht noch eine Rede gestern von Außenminister, US-Außenminister Pompeo. Also, der gesagt hat, der sehr scharf China angegriffen hat, der sagte, heute sind wir endlich soweit zu begreifen, dass die kommunistische Partei ist truly hostile to the United States, ist wirklich feindselig gegenüber den Vereinigten Staaten und unseren Werten. Und wir sind able to do this because of the leadership of President Trump. Und wir sind in der Lage, das jetzt zu erkennen, weil die Führerschaft von Donald Trump uns diese Erkenntnis ermöglichte. Das wurde in den Medien kaum thematisiert. Aber solche Kutlau-Aussagen, die eher für die Katze sind, wie die Vergangenheit zeigt, die werden natürlich gefeiert. Aber schauen wir uns mal so ein paar Dinge an, die vielleicht darauf hindeuten könnten, dass es nicht ganz so einfach wird, wie sich viele das vorstellen. Was wir hier sehen, ist der Vergleich, die Relation zwischen Smart Money, also zwischen dem großen, dem schlauen Geld und dem Dump Money, dem etwas weniger schlauen Geld. Und wir sehen, dass sozusagen die Differenz zwischen der Euphorie, die beim Dump Money, beim dummen Geld vorhanden ist, im Vergleich zum Smart Money doch sehr, sehr hoch ist. So hoch wie jetzt in diesem Jahr noch nicht. Wir sehen auf der anderen Seite, dass hier auch die Cash-Bestände etwa von Investmentfonds in den USA auch auf Allzeit-Tiefste liegen. Schauen wir uns mal an, da waren wir noch in den 90er Jahren so bei 13% Cash-Bestände. Das ging immer weiter runter. Jetzt sind wir gerade mal noch bei 2,9%. Also es stimmt schlichtweg nicht, dass die großen Player nicht bei dieser Rallye dabei waren, dass alle auf diesen Zug jetzt wirklich aufspringen müssten. Und das gilt eben auch dann für die geschätzten Privatinvestoren. Hier sehen wir die AAII Allocation Cash. Das ist praktisch die Umfrage, die AAII-Umfrage, die die Stimmung der amerikanischen Privatanleger immer erfasst und eben auch fragt, wie dick seid ihr investiert in den Markt. Und wir sehen, dass die derzeitige Cash-Quote praktisch auch auf einem Tief ist. Fast so tief eben wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Wir waren nur einmal noch etwas tiefer. Das heißt, auch die amerikanischen Privatinvestoren sind dick, dick investiert. Da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Potenzial, dass das sich noch verbessern könnte. Was wir hier sehen, ist dann die sogenannte WIX-Term Structure, also die Struktur des WIX. Mithin also sozusagen die Wetten auf fallenden WIX, Wetten auf steigenden WIX. Wenn man auf einen fallenden WIX wettet, also praktisch davon ausgeht, dass die Volatilität weiterfällt, dann ist man praktisch auf der Long-Seite unterwegs. Während man in der Regel, wenn man eher short-orientiert ist, eben auf einen steigenden WIX, auf eine steigende Wola hin orientiert ist. Der WIX ist ja sozusagen ein Barometer für die in Optionen eingepreiste Volatilitätserwartung bei S&P 500 Aktien. Also hier sehen wir, dass wir an Extrempunkten sind, wie wir sie seit 2018, so Herbst, Oktober 2018 nicht mehr gesehen hatten. Normal ist ja der Oktober, wenn wir uns das mal anschauen, der Monat mit den größten Umsätzen auch. Average Volume Rank, Oktober Nummer 1, November Nummer 8. Es war aber in diesem Monat sehr, sehr wenig Volumen. Normalerweise ist der Oktober sehr volatil. Er war es diesmal nicht. Es ging praktisch fast nur noch nach oben. Und wie gesagt, jetzt erwarten alle eine Jahresendrallye. Alle sind irgendwie der festen Überzeugung, dass das kommen wird. Was soll schon schief gehen? Die Fed auf unserer Seite, die Handelskriegthematik so ein bisschen beiseite geschoben. Neue Allzeithochs, die Wirtschaft doch gar nicht so schlimm, wie wir heute in den Daten gesehen haben. Also ein Goldilocks Szenario vom Allerfeinsten. Wird es auch so kommen? Das wollen wir uns gleich anschauen. Hier der Dow Jones, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Ja, ja, Sie haben es geahnt. Wir sind bei 27.291. Wir haben den Tech-Index, der aktuell bei 8.121 ist. Nämlich der Nasdaq 100 ist damit gemeint. Wir haben den S&P bei 3.057 Punkten. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Nicht so wahnsinnig viel. Da ist relativ wenig Bewegung, der Index bei 12.956 Punkten. Da tut sich heute nicht so wirklich viel beim deutschen Light-Index. Wir sehen, dass der Euro bei 1.1166 aktuell hantiert, damit auf dem höchsten Stand seit Oktober. Der Dollar kommt jetzt langsam unter Druck. Eben auch, weil praktisch erstmal klar ist, da kommt nichts mehr in Sachen Zinsanhebung, wenn man der Fed glauben darf. Hat eh keiner erwartet, dass die Fed jemals nochmal die Zinsen anhebt. Hier sehen wir Gold im Vergleich zu heute Morgen eher wenig verändert, 1.509. Und wir sehen, dass amerikanische Crude Oil jetzt mit dem Zugewinn risk on, weil die amerikanische Konjunktur ja so unglaublich toll läuft. 128.000 Stellen. Das ist natürlich schon großartig, vor allem wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir jetzt über eine Million an Budget-Defizit hinzugefügt haben in diesem Fiskaljahr. Und die nationale Verschuldung in den USA um 2,7 Billionen Dollar gestiegen ist. Steuerreform mithin, also ein Steuergeschenk auf Kosten der Verschuldung. Stimulus, Stimulus, Stimulus. Und gleichwohl sind 128.000 Stellen geschaffen worden. Davon vor allem eben Stellen, wenn wir uns das mal hier anschauen, Leisure and Hospitality. Das heißt Restaurants und Bars. Das sind die allermeisten Stellen. Und Sie wissen ja, wer da in einer Bar kellert oder in einem Restaurant, der geht mit Sicherheit nicht unter 10.000 Dollar am Monatsende aus der ganzen Geschichte raus. Also es sind nicht so die ganz toll bezahlten Jobs. Education, Health Services, Manufacturing, deutlich negativ. Hängt natürlich auch mit dem Streik bei General Motors zusammen. Aber es ist eben so, es sind die Billigjobs. Es sind nicht wirklich die guten Jobs, die haben hier zulegen können. Und das, was Trump versprochen hat, sozusagen Manufacturing, also Produktion. Und das hat in den USA, das haben wir heute auch im ISM-Index gesehen, das hat dort ein Problem. Und das wird sich früher oder später, wie in Deutschland auch, es dauert eine Zeit, wird sich das dann sozusagen auf den gesamten Konjunkturzyklus dann niederschlagen. Jetzt wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus und ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Servus und ciao.